Herzlich Willkommen in der neuen Folge der Binding of Isaac Afterbirth. Ja, ich denke ich starte mal einen Run und zwar, ja ich sag mal so, Flo hatte ja gestern einen ziemlich krassen Creed Run gehabt. Obwohl ich eigentlich ja einen normalen Run machen wollte. Genau, deswegen bin ich gerade überlegen, ob ich jetzt einfach den normalen Run mache, aber ne, nicht mit Eden. Das nehme ich hier nicht weg, das darfst du gerne machen. Lazarus. Ja und da hast du auch noch deine Lilith offen, oder? Habe ich noch? Ich dachte, die hat es schon gemacht. Oh stimmt, nur dann nehme ich mal eine Lilith. Aber hier, das ist das Cambian Conception. Ah. Das ist übrigens das, was dir immer wieder meinen Begleiter gibt. Was in meinem Daily Run mal war. Genau. Ja, schau mal rein. Gut. Dann hast du jetzt den Devil, also The Lamp musst du machen und Hush. Wenn ich es schaffe, Hush, genau. Hush, Hush, Hush. Ich hätte das halbe wegnehmen können, dann hätte man beide ein halbes gehabt. Achso, ja, dann sorry. Alles gut. So, kriegen wir euch irgendwie ein bisschen systematisch gesprengt? Ist wahrscheinlich nicht. Ah, das wird eine Kettenreaktion nächstens. Oder die machen die alles so nicht. Sehr gut. Ah, okay. Hä? Aus einer Bombe kam eine Bombe? Ne, die lag da bestimmt noch, ne? Ich denke, er hat sie einfach fallen lassen. Der war ja, glaube, dunkler. Da war ein Bombentyp dabei, ne? Ja. Na der wird die Bombe gehofft haben, denke ich. Na ja. So, ähm, ja. Gehen wir mal hier den ersten. Ui, äh, äh. Säumilk. Nicht wirklich neumilk. Säumilk. Oh. Würde ich ungern machen, bin ich ganz ehrlich. Temperance und Tourfahrt. Und Damage. Also, dein Run ist noch nicht ganz broken, aber du bist auch erst in der ersten Ebene, aber er fängt schon ziemlich gut an. Das denke ich auch. Also, die Frage ist, ich würde jetzt erst mal kurz die Maschine hier stehen lassen. So, jetzt ein Pokéball und das Ding nehme mich mit. Ja, der würde dich bestimmt umbringen. Garantiert. Deswegen würde ich ja unbedingt mitnehmen wollen. Den hat man halt noch nie. Müssen wir den noch freispielen? Der war doch gerade da. Der Pokéball? Ach, der Pokéball. Äh, ne. Ich denke, ich habe den noch nie gesehen, glaube ich. Nur bei irgendwelchen Let's Plays oder sowas. Ich hatte ihn schon mal in den Creed Run gehabt, aber es hat ja nicht viel zu bedeuten, weil ich glaube, es sind sowieso einige Items freigeschalten, die du normal noch nicht hättest. Ah, das war gerade so. Keine Ahnung. Anfahrender D-Zug. Du, na, sonst ist es immer ein Bus. Heute ist mal ein D-Zug. Das ist interessant. Ja, ein bisschen variieren, weißt du. Kannst nicht immer dasselbe sagen. Das ist irgendwann langweilig auf Dauer für die Zuschauer. Das stimmt. Ich würde auch gerne mitmachen, aber. Das ist ja wie wenn man immer nur ein und dasselbe Spiel spielt. Pass mal auf, das ist meine Rache für den Daily Run, ja. Ah, aber du wirst auch Daily Runs machen. Werde ich? Alter, was ist das für ein ekliger Raum? Das wird gerade widerlich, widerlich. Aber so viel wisst ihr doch nicht. Ja gut, das schwarze Herz hat halt gut gecleared. Äh, range ab. Leute, ich hätte mir eigentlich am liebsten von euch ein Herz gewünscht. Aber okay. Können wir hier einmal oder zweimal dagegen rennen? Einmal. Einmal. Schade. Naja, ich würde jetzt halt weiter gehen. Also. Ja, mit einem halben Herz ist das Mist. Wäre schön, wenn da ein Herzcontainer drin gewesen wäre. Richtig. Ich hatte halt eigentlich gehofft, eine Bombe kriegen zu können. Aber selbst hier ist auch nicht mal eine Bombe, die ich hätte kaufen können. Okay. So, ähm, war ich überall. Ja, Säumilk haben wir liegen gelassen. Ist glaube ich auch besser so. Ja. Und dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Ah, der Anfang ist noch nicht ganz so toll. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Naja, schlecht ist er ja nicht. Mit dem Stein und so weiter. Also. Ja, das ist schon okay. Aber da ein HP ab, weißt du, hätte man noch ein bisschen länger an der Blutspendemaschine spielen können, anstatt das Range ab. Aber ja, ist okay. Schlüssel hast du, ist okay. Ah, da hast du deine Bomben. Aber nimmt man das mit? Eigentlich schon. Da kannst du jetzt alles mit aufsprengen. Ja. Das denke ich mir halt auch. Also. Mal die Chance zu haben. Was auch lustig ist, ich habe bei Lustige Stein, du bist tot. Ja. Ähm. Ja. Was war dein Plan? Ich wollte an ihn vorbei und eine Bombe legen, dass er von der geblockt wird. Aber ich war zu langsam. Ah. Jo, äh, würde ich sagen, du bist dran. Na, klasse. Unser schöner Windstreak. Achso. Ich nehme einen anderen Charakter. Dann drück mal B. Ah, null. Alles nullen. Die ganze Ronny-Familie. Dann kannst du jetzt eigentlich mal deinen Eden spielen. Ich habe das nur gemacht, damit du deinen Eden spielen kannst. Ach, hör doch auf mit deinem Gelaber. Ich spiele eigentlich mal deinen Eden. Hm, schwierig Eve. Warum? Denkst du dich schon auf dich, oder was? Ja. Du hast gerade verloren, da kann man das nicht auf dich hören. Pass auf, spring dich jetzt um. Der bringt mich um. Danke. Huiuiuiuiuiuiui. Wie eng das bei dir war. Aber ist okay. Aber du warst gerade hier auf dem Prime. Das war aber ein zufälliges Baby. Kann ich mit dem Baby irgendwas? Mit dem hier? Dass du jetzt hast? Keine Ahnung. Ist auch nicht nur Baby, oder? Das haben wir ja noch nie gehabt. Ne, ich glaube nicht. Wurde ist es das? Äh, ich denke nicht. Da war das, das ist aber auch nicht zufällig gewesen. Das war jetzt eine Auswahl. Ja. Und das hier. Der blutet nicht, der gibt einen Schlüssel. Sehr nice. Und der habe ich hier mit Gegner oder Münzen angezogen. War da ich mir überhaupt was gemacht? Ich glaube nicht. Also ich glaube, der hat nichts gemacht. Ich werde hier gleich sprengen. Achtung. Ja. Aber genau. Töte den erstmal. Du schaffst das. Ich vertraue dich. Doch. Ich ziehe Münzen an. Ja. Viele Spinnen. Es ist diese heilige Dings. Nein. Ne. Auch nicht schrumpfen. Ne. Das ist Gottfleisch ist schrumpfen. Dann ist es. Igelshot. 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 Und die wir schießen. Okay. Musst du mal ein Auge zudrücken. Das ist die Frage, ob das Lack basierend ist oder? Garantiert. Es ist alles Lack basierend. Ja. Das ganze Spiel. Dann siehst du Münzen an der Stadt gemerkt. Ja. Ja. Ein Auge. Und. Oh. Was ist denn? Das ist unser dritter. Ich steuern. Ich steuern. Nein. Das ist keine Bomben. Ja. Die habe ich auch sinnvoll verbraucht. Die Bomben. Ja. Das stimmt. Um die ganzen Spinnen zu holen. Deine Freunde. Aber du kannst mal in den Shop rein gucken. Was das dann noch einmal an Schaden drückt, wenn das Auge auch noch kommt. Weil das genau auch die Tränen hat, die wir. Oh, da ist er. Hat es? Ja. Okay. Ich kann es auch lenken, in welche Richtung es schießt. Na gut, das habe ich mitbekommen. Ach so. Keine Bombe. Ne. Keine Bombe. Aber ein blaues Herz. Das ist mir erst mal recht wichtig. Haben wir auch noch keinen Schaden bekommen? Ne. Also die erste Ebene. Ja und? Wir haben trotzdem keinen Schaden bekommen. Geh weg. Stark. Gut so. Ja, oder? Ich sehe, du willst deinen Fehler wieder gut machen. Auf jeden Fall. Das fand ich auch sehr schade mit Lilith. Und ich werde es auf jeden Fall auch nochmal probieren. Ja. Huiuiui. Ja, gerade als normalen Mode ist Lilith für den Boss Rush perfekt geeignet, ey. Ist er. Auf jeden Fall. Speed. Bis der Anfang war er bloß beschissen von mir gemacht. Da oben ist noch ein Dings. Aus der Bibliothek. Ein Dings. Ja ne. Ein Bums. Ein Dings Bums. Damals in der Bibliothek. Book of Revelations. Ja, warum nicht? Schade, dass wir keine Bombe mehr haben. Oder keine Bombe nicht mehr kaufen können. Batterie kannst du auch hinterher mitnehmen. Und dann geht es weiter. Weiter? Swag. Nee, Swag Bonus hast du nur im Daily. Im Daily. Bin ja mal gespannt, ob wir mal irgendwie unter die Top... Weiß ich nicht. Was könnte man denn schaffen? 100? Top 100 ist, denke ich, mal noch möglich. Da muss man aber echt sich schon beeilen. Das ist dann so ein bisschen wie... Ui, Scheiße. Das schon mal treffen? Ja, hab ich. Ähm, wie wenn wir unser Versus Run machen, dann musst du dich echt dann... Ja, klar. Ja, vielleicht müssen wir so Daily Runs auf Versus Basis machen. Das ist gar keine richtige Idee, ne? Na ja. Zusammen einen Daily Run anfangen. Oh, ich hab keinen Schüssel mehr. Der war ja niedlich. Kann ich auch über den drüber reden? Ich... Weiß ich nicht. Oder ist der einfach nur klein und... Aber ich glaube, wer wie gesagt... Ich glaube, weil sowas spornt dann auch nochmal an. Und dann stirbt man, wie ich. Hast du eigentlich mal geguckt, ob bei dir auch die Augen rauskommen? Äh, ich glaube, gerade eben kam eins raus, ja. Na ne, ich behalte ja das, damit du in deinem Hurenmodus bleibst. Uiuiui. Ich bin so schnell, dass ich fast gegen das Feuer gerannt wäre. Äh, ich bin ja dein Pimp Daddy, weißt du? Aha. Ich halte dich als meine kleine Hure hier. Hast du mal Goldraum oder Shop? Ne, Goldraum. Die fünf Münzen, die loanen nicht. Na unten? Goldraum? Na unten? Na unten, Goldraum. Na, ich dachte wir gehen erst mal zu dem... In der nächsten Ebene. Jaaaa. Epic Fetus? Epic Fetus. Na dann. Äh... Ja, hätte ich auch gemacht. Oder bei dem anderen hier... Achso, hätte nicht sein können. Ich vertraue drauf. Ich nicht. Hörst mich grad umbringen, ich hab's gesehen. Achtung, oben. Achso. Ich bin, fühl ich umbringen. Ich mach da. Ich mach da. Ich da drüben. Okay, jetzt werden wir auf jeden Fall das Book of Revelations brauchen, glaub ich. Entschuldigung, den Stein doch. Das war knapp. Aber jetzt kann man mal schön ins Feed geben, ey. Nein. Uah. Das hätten sie mal noch ein bisschen unterscheiden können. Mit der Farbe. Andersfarbig, ja. Speed ist okay, sind wir halt noch schneller. Äh... Soll ich hierbei jetzt zurückgeben? Also, wobei... Du kannst mir jetzt sowieso zurückgeben, ja. Und jetzt kannst du dir das Schwarze nehmen. Genau. Soll ich weil denn das Baby nehmen, oder? Nehmen wir das hier. Sieht witzig aus. Machen wir jetzt noch einen Raum. Ich würde eher noch mal gucken, ob hier irgendwo der Heimraum dran ist. Genau. Achtung. Ja, alles gut. Hab's gesehen. Danke dir. Okay, für die Womb hat sich das nicht gelohnt. Auch für ihn vielleicht. Ne. Dann für euch vielleicht. Oh. Ich hab uns beide getroffen. Sorry. Ne, aber... 3 schwarzen Herzen verbraucht. 3 schwarzen Herzen verbraucht. Ja, haben wir. Top. Michi Maus wird euch alle töten. Michi Maus wird euch alle töten. Ich will nicht Michi Maus sein. Warum? Hä? Ich bin lieber... Das sieht aus wie hier der eine Charakter von Cold Marrow. Die Japano-Schlampen. Chan? Ne. Nicht Chan? Das Mädel. Hast du? Das nicht Chan? Ehrlich? Ich hätte rollen können, aber... Nein. Ja. Ja, du bist pretty fly. Pretty fly. Ich bin gerade getroffen. Ich hasse diesen Raum immer noch. Multitasking, es war noch nie mein Ding. Pikachu! Setzt Donnerschlag ein. Kein Schlüssel. Donnerschlag. Hier kann er nicht sein. Der Geheimraum. Hier kann es sein. Das auch. Schlüssel. Schlüssel. Kein Schlüssel. Münzen. Spinnen! Das war knapp. Das macht sich ganz depressiv, dass da kein Schlüssel drin war. Ah ah. Ja, schwarzbraun ist die Haselnuss. Schwarzbraun bin auch ich. Ähm. Macht man die anderen Räume noch? Eigentlich nicht, oder? Gucken wir mal kurz in den Shop rein. Und dann... Gehen wir weiter. Du suchst ja irgendwie was lustiges raus. Und dann hast du irgendein Panic Room. Oh. Jetzt will ich den Meerjungfrau. Das. Achtung. Das. 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 Und ist leer. Und die Goldene Kiste. Äh. 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 Ich habe nichts was zu tun. Alles gut. Äh. Ein Eisklammer. Äh. Nicht. Na. Wir kämpfen. Okay. Ich weiß nicht was ich bin. Aber ich bin fast auf die Kollegen erst zu bleiben. Achtung. Gefährliche Spinne. Oh. Kein Deal. Bleib ich's? Bleib ich's nicht? Was ist es? Ich bin der Meinung ich kenne es. Aber... So eine Ente? Ja ne. Sag ihn der Ente. Hm. Äh. 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 Ich bin auch der Meinung das ist keine irgendwie wozu getroffen. Oh. Zweier von den gleichen Typen. Cool. Deswegen konzentriere ich mich immer ganz auf mich und gucke einfach dass ich diesen epic fetus Schuss irgendwo anders hin katapultiere. Ja. Klappt eigentlich ganz gut. Äh. Hat man auch schon mal. Äh. Ein Häschen diesmal. Wie Pikachu. Achso. Hier kann ja gar nicht sein. Ich glaub ich bin ein Russe. Na klar. Was für ein geiler Raum. Ich bin der King. Ich bin der King. Schlimmer Raum ey. Den schafft man auch ohne Schaden zu kriegen. Ja. Das... kriegst du. Willst du nicht? Wer hat saure Bonbon gegessen? Keiner. So. Mackey freut sich und springt immer wieder hin. Achtung. Du hast deinen Spaß. Ich seh das schon. Ich hol auch immer wieder blaue Herzen für dich. Guck mal. Ich bin eine Sim in der Dusche. Das stimmt. So. Bossi. Das sieht gechillt aus. Wikingau. Geist. Ja. Jetzt hab ich ihn. Da. Ich könnte jetzt fast behaupten. Du bist ein Zombie. Aber du bist ja auch fast du selber. Ja. Aber eigentlich auch nicht. Ne. Der Bart ist dein Bart. Billige Kopie. Billige Kopie. Ich brauche halt irgendwie. Ich bräuchte ein Baby mit einem Bart. Ja. Das gibt es ja an sich. Ja. Und so ein Zwerbelbart. Ja. Hattest du doch bestimmt auch schon mal. Ja. Ich bleibe es passieren. Zylinder und Monocle ist auch okay. Äh. Ähm. Ah. Okay. 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 Wuhu. Wuhu. Das war vom Timing her perfekt. Deal. Memories. Hast du deinen Puder nochmal. Wuhu. Oh. Ich dachte schon mach ihm scheiden. Pam. Woll ich gerade sagen wir sind zu langsam. Aber ne. Warum haben wir. Shop? Waren wir nicht. Ne. Dann schauen wir nochmal einen Shop schnell. Sicher? Ja gut du bist so schnell. Vielleicht geht es ja auch durch. Ja. Geht bestimmt auch zum Shop. Ne. Oh. Ich wurde nicht getroffen. Ist das überragend. Schön. Klaus Herz. Die können auch schreien. Da oben ist super geheimraum. Yay. Bester. Noch besser. Na klar. Lockdown. Mensch. Da sind wir einen Shop gelaufen. Ich wusste es. Ich auch. Deswegen hab ich gesagt. Geh da nicht hin. Hm. Ah. Skills. Oh. Zeigst du mir einen Weg oder was ist das? Oder ist das eher so ein Stopp Schild? Nicht stopp. Lang. Oder rein. Oder wie auch immer. Mal gucken ob ich ein ganz kleines Pentagramm hinkriege. Ich bin ungefähr deine Größe inzwischen. Oh. Klasse. Danke. Das brauchst du selber. Na ja. Machst du. Ich hab mir selbst gedankt. Ich hab die Maske der Scham auf. Das stimmt. Amnesia. Toff. Das war man hab ich gehört. Und das ist okay. Infested. Das war dumm. Das war noch besser. Alter. Power. Weißt du wie viel Leben du hast? Nicht so wirklich. Weißt du was wir töten? Aha. Boah. Sorry. Aber es ging dir wahrscheinlich genauso. Geh kurz mal weiter. Ja. Kein Schuss. Junge Junge. Das ist sehr gut. Ähm. Okay. Achso. Man hat ja sagen befreie dadurch dass man die Feuer ausgemacht hat. Ja. Ja. Sorry. Schade. Ich dachte schon wir treffen alle mit einmal. Scheiße. Oh wo lenke ich denn meinen Schuss immerhin. Du bist auch gerade schön oben an der Wand lang gerannt. Na weil ich auf einen Schuss geguckt hab. Na ja. Ja. Der erste war auch so. Weiß nicht. Der eine ist auf dich gesprungen. Der andere auf mich. Und dann war ich. Ja. Stark. Top oder? Ja cooler Raum. Gehe ich mit? Also. Was für ein Bullshit. Ja. Ich hab's ganz genau gesehen. Das ist auf mich abgesehen. Geiler Raum. Ja der geht's. Was macht das Trinket? Range? Range. Aber ich glaube es ist ja egal. Was ist doch keins. Ist egal ja. Das haben wir wiederum ganz gut gelöst. Ja. Shop auf jeden Fall oder? Achtung. Das ist ja egal. Kompass. Danke. Kompass. Danke Spiel. Danke. Du kannst auch. Wir werden immer mal einige Münzen kriegen. Dann in den nächsten Shop mal noch was spenden. Alles klar. Ja. Hast du den Move gesehen? Hast du den Move gesehen? Hast du Entschuldigungs-Move oder sowas? Bring die Köpfe. Nicht so kopflos. Lass du Gold drauf. Blatt auf dem Märtyrer. Märtyrer. So. Fort Märtyrer. Komm der war gut. Ich lache doch. Dings lacht sich aus oder das? Ja. So ein bisschen. Haha. Sehr gut. Hast du gewusst? Natürlich. One makes it smaller. Warum bist du immer so klein? Nein. Bombs-Archis. Ist okay. Brauchen wir eine Bomben? Bomben. So was brauchen wir nicht. Krieg. Brauchen wir nicht. Du kriegst jetzt ein Cube. Ne. Doch. Doch. Einmal durchtauschen bitte. Ne. Ne. Kupol ist eins. Na ja. Klitsch-Baby. Wuhu. Könntest du nicht mitnehmen? Kannst du nicht? Kannst du nicht? Ich bin tot. Ja. Ich weiß nicht wie viel AP ich hab ne? Ja. Das genügend noch eingesammelt glaube ich. Ein Herz. Ah. Sechs. Ne. Ekelschaum. Schaffst du's? Ja. Alles gut. Achso. Na man weiß immer nicht wann hat man das. noch nen Schuss abgefeuert und wann nicht willst du? So. Starre Raum oben. Ja nein. Ja nein vielleicht. Ja nein vielleicht. Guck mal hin. Kreuz an. Nein du hast getarnt. Getarnt ist tot. Der sprengt sich. Mit uns. Ja. Warum nicht? Ähm. Ja du hast 20 Schlüssel. Du kannst da rein. Was denn? Ich habe auf dem Rückweg keinen Schaden bekommen. Ja. Bist zwischen den Stacheln langgelaufen. Ja ist klar. Du bist wieder so klein. Dass du zwischen den Stacheln langlaufen kannst. Kann sein dass ich einfach schnell genug war und noch in der Schadensanimation war. Boah ich glaube eigentlich wieder nicht oder? Uäh. Ich hab was auf dem Boden gemalt weil ich panisch war. Ha 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 ha. Panik. Nein. Oh er hat mich schon wieder getroffen. Ich hab nen Cube reingehalten. Cooler Typ. Ja. Fliegt doch meine. Ja wangs. Ich auch. Können wir jetzt mal zielen? Geh doch. Lass doch treffen. Habe ich. Was soll ich jetzt nicht machen? Lass doch treffen. Habe ich. Was soll ich jetzt nicht machen? Lass mich. Lass mich. Freitot. 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 Freitot für jeden. Und alles. Ne. Deutschland mittlerweile verboten. Zumindest das herbeiführen für Leute die das wollen. Sehr gut. Noch mehr Raum nach links. Dann eben nicht. Ja machen wir gleich. Lass mal ausweichen. Ich bin so klein. Dann siehst. Das macht übrigens doch keinen fliegenden Schaden. Autsch. Du brauchst aber die nur selber. Ja. Job. Geh mal spenden. Okay. Ich dachte du hast die Black Cancel noch. Oder hier die Map. Vielleicht. Wir haben den Kompass. Das ist ein anderes Problem. Wie löst du noch das Problemchen? Mit einem Späntchen. Mit deinem Späntchen? Mit deinem Späntchen? Möchtest du singen? Das erspare ich euch. Das hat man aber bei dir schon mal. Das lassen wir weg. Ja das stimmt. So. Goldraum. Goldraum. Erstmal die. Ah. Da war er. Uh. Ja. Nein. Du hast dein Baby getötet. Ich hab dich getötet. Ein und allemal. Mich hat Pikachu. Da. Donnershock. Ah. Mal einsammeln. Hä? Mal einsammeln. Mal einsammeln. Dieses. Komische Gerät. Was ist das für ein komisches. Das ist das. Komische Raumkonstellation. Dass man noch mal einen runter gehen kann. In die Nähe des Bosses. Aber doch nicht da ist. Also. Es hat los. Du konntest sein Movements lesen. Auf dich. Ich wurde getroffen. Was war's? Wer haben wir denn noch? Mensch. Wie viel? Äh. Eine Minute. Und dann kannst du noch hier. Gimbi mitnehmen. Oder lieber nicht. Das ist die Frage. Wir kriegen die Aufladung auf jeden Fall. Ja. Und wir machen uns ziemlich oft Schaden. Was auch bisschen positiv ist. Dann. Da kannst du natürlich fast. Was ist das? Was? Das oben macht das. Wenn du immer in einen dieselbe Richtung schießt. Wirst du irgendwann schneller. Von der Schussgeschwindigkeit her. Okay. Portiere es ab. Bringt dir nichts. Unten macht. Ähm. Ich weiß nicht ob es nur bei Drehen wirkt. Ähm. Jedes Mal wenn du kontinuierlich drifst. Okay. Wird dein Schaden immer mehr. Ja. Mit jedem Treffer 12,5% bis du maximal doppelt hast. Dann de Buddy eigentlich. Ja. Ich denke auch. Wenn der doch wieder reinkommt eigentlich. Und unser Ding wurde instant aufgeladen. Da drüben ist auch ein Gegner. Der ist stationär. Oh. Getroffen. Du auch. Ne. Da war er nicht. Du wurdest nicht getroffen. Ich wurde auch getroffen. Aber du hast das. Sehr geil. Wir haben den Run. Sehr gut. Ich wollte gerade sagen. Ich stand. Ich bin praktisch auf dem Strahl gesurft. Hab kein Schaden bekommen. Ich hab keine Schaden bekommen. Was ist das? Alter 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 Alter. So. Wir machen dir sowas cooles. Der war auf jeden Fall. Alter Schwede. Das war dein. Ne. Doch. Ne. Doch. Ja. Muss ich ja. Der Kogi kommt. Ach so. Er kommt. Er kommt. Ich glaub wir haben getötet. Haben wir nicht. Das war schon wieder der Einfluss. Nein. Ja. Du konntest nicht koordinieren. Sorry. Koordinieren? Hm. Das war schlecht. Das war richtig schlecht. Ah das war gar nicht angemacht. Ich hab getroffen. Im Fliegen. Du auch. In his face. Was ist gespawnt? Es ist tot. Ja. Du bist gut. Und ich würd's das nicht schaffen. Das ist eine Menge. Achtung. Wie schnell wir sind. Da ist ne Flieger. Er spinne. Ich wurde nicht getroffen. Nein. Ich wollte im Cube reinhalten. Hast du ihn getötet? Ja. Und ich bin natürlich. Skeleton Baby. Ja. Ich krieg zwei Aufladungen für den Raum ne. Achso. Oder eine Welle. Zweigeknallt. Hast du erlebt noch? Irgendwas kriechendes. Ja genau das. Au. Das war's diesmal du. Ich hab's mal rausgeholt. Da unten. Oh oh der Rush vier Mann ne. Ja. Aber er ist tot. Er macht das nicht. Ja war schnell tot. Was ist das andere getroffen? Er springt zu dir? Ah ne er rollt. Eigentlich. Ich hab ihn getroffen. Was ist es? Das ist immer noch der Cache. Ja. So ist ja kaum dass wir hier irgendwie leicht panisch werden oder so. Überhaupt nicht. Was jetzt weder? Das war rüber schießen. Sehr gut. Irgendwo da unten. Ja. Ja da. Na nochmal da. Sehr gut. Wir haben festgelegt. Der hat auch so coole Schüsse. Der war stark. Der war stark. Achtung. 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 Ja. Ich hab dich gerettet. Vor deinem Schutz. Ja super. Und? Gerettet ist gerettet oder nicht? Das war's? Ne. Nein. Er kommt zu mir. Er kommt zu mir. Zu dir. Nein. Da war... Ja. Hoffbar wie dein Effekt. Das wollte ich. Ja. Hast du gesehen? Block. Er bloß. Er ist tot. Wir sind so viele kleine Scheiße auf, von denen ich permanent alle getroffen werde. Alles gut. Durchatmen. Wir leben. Ach. Es geht weiter. Warum verschieben wir hinter? Das können wir auch. Ja. Und alles dafür. Also ich muss sagen. Es war sehr panisch. Es hat Spaß gemacht. Souverän. Ich hätte Algas einsetzen können. Ja. Ich musste das bei der Hasch. Du musst dich beeilen. Bist du Hasch. Hab ich denn? Also. Zeitlich ja oder? Wo soll die Zeit gucken? Halbe Stunde ne? Ja. Schauen wir nicht. Klar. Schauen wir. Falter Richtung. Und ich bin gut. Keine Ahnung. Oh. Ich fliege ja nicht. Nein. Ich fliege ja nicht. Nein. Das war top gelegt. Könnten halt überlegen ob man irgendwie immer mal die Steine mit sprengt wenn man sie sieht. wirklich. Da kriegt keinen Schaden weil hier irgendwie noch einer lebt. Ist doch knapp. Achtung Achtung. Sorry. Ne. Alles gut. cool. Die Frage ich will jetzt erstmal alleine spielen lassen. Wo ich reinkommen soll. Ja wenn. Ich denke mal bei einem großen Raum kannst du reinkommen aber bei einem kleinen Raum kannst du mir ruhig helfen. Okay. Ja. Wo soll. Ein Zehner. Gut. Das haben wir ja auch gleich wieder die Aufladung voll. Oh. Fuck. Ist du mir leid. Straten lassen? Ja. Ja. Weil ich dann auf meinen sicheren Stein und dann kam natürlich weil alles gesprengt wurde. 25 Leute auf mich zu. Ja. Das sei. Ja. Scheiße. Im wahrsten Sinne des Wortes. Stimmung können sich natürlich auch einfach weiter sprengen ob für die Aufladung. Ja. Die wäre schon wichtig. Seit ich auch nach den geheimen Räumen schaut. Ja. Hoch. Also wird es gerochen. Ja. Ich werde mal ihr auch so ein bisschen Ausschau nach East Stein einhalten. Mhm. Das bringt mir mal einen Polaroid Effekt oder sowas. Kann sein. Ja. Kannst du auch machen. Oh ja. Worlds of Steel warum ist dabei? Tears up. Lemon Party. Ja. Das ist jetzt am Ende auch egal. Lemon Party. Bei dem. Jetzt hier einsetzt. Ja. Aber wir machen so viel Schaden. Okay. Sehr gut. Cube. Da laufen. Da cube. Gabi ist. Oh. In the pan. Pore einmal einsetzen und dann die Pact holen. Machst du auf jeden Fall was gut. Ja. Genau. Dann sieht es ja schon wieder gar nicht mehr so schlimm aus. Sah schlimm aus? Ja. Ich habe alles analysiert. Mhm. Und ich kann dir sagen es sah schlimm aus. Meine Analyse ergibt. Ich habe keinen Kaffee mehr. Kaffee ist alle. Kaffee ist alle. Klasse. Komm rein. Nach unten. Oh fuck. Dich auch noch? Ne. Ne. Ich bin sofort reingekommen. Sehr gut reagiert. Telepille. Telepille. Der ist nicht gepflegt. Der ist nicht gepflegt. Ja. Ich habe einen Raum übersprungen. Na ja. Oder ein Algez holen. Ach. Mein Algez holen. Na. Darum ist auch nicht so schlimm. Da könnte man auch diesen einen Stein da springen rein theoretisch. Plus den Battler. Zum Beispiel. Das ist das was alles anzieht. Aber auch Gegner. Auch Gegner. Okay. Ja. Dann nicht. Das war verdammt. Achso. Okay. Kein X-Stein leider. Scheiße. Ich glaube brauchst du noch hingehen. Dein Cube. Nee. Cube macht kaputt. Nach rechts oder nach unten? Ich denke nach unten. Ich denke nach rechts. Ich denke nach rechts. Okay. Fliegen. Okay. Kann sich aus. Na so. Na gut. Haben wir gesagt wegen Aufladung. Rausspringen oder raus? Ja. Ja. Das hätte sich dann nicht mehr gelohnt. Uh uh uh. Nee. Fuck. Hätte ich vielleicht. Aber naja. Ja ne. Ich glaube nicht dass du da. Das ist doch ein eklischer Raum. Oh. Das ständen durchgepasst hab. Sehr sehr glücklich. Na klar. Kommst du nicht ran. Noch bitterer. Ja. Irgendwie Fliegenwald. Eigentlich nicht. Stimmt. Die können wir ja auch darstellen indem man alle normalen Gegner töten den Raum klärt. Da. Halt. Nein. Wo ist der Unsichtbare? Da. Schwarze Kiste? Trollbomben. Schwarze Trollbomben. Na ja mach ich erstmal kurz. Frage ist ob man mit dieser Aufstellung wirklich der Hasch versuchen sollte. Ich weiß es nicht also. Hä hä hä. Ich denke eher nicht weil du kannst dich nicht koordinieren. Ne. Sag mal so klar du kriegst noch Items aber hm. Schwierig. Also so kriegst ich hier 20 schwarze Herzen. Oder ich bring mich um. Skaliert das eigentlich? Könnte sein ne? Es kann sein. Also beim Messer funktioniert es übrigens mittlerweile hab ich festgestellt. Ich hatte mal Messer, Kohle und die Spinne gehabt die einen den Schaden anzeigt. Ja. Und da war es in der Tat so. Das ist wenn du dich von der Hasch raus teleportierst. Ähm dadurch dass das eine eigene Ebene ist startest du einfach nochmal von vorne würd ich sagen. Hm. Also musst du der Hasch besiegen. Ja. Oder du hast ne Schaufel oder sowas. Aber wir haben eh null also. Ja. Ah. Nein. Das ist keine schöne Aufstellung. Dann machs nicht. Hm. Irgendwas zum fliegen wär schon cool ne. Batterie und schwarzes Herz aber. Geh das eigentlich zu? Was denn? Nach der halben Stunde? Na wenn ich jetzt raus geh wieder rein dann wahrscheinlich schon. Ja. Okay. Ähm. Aber ich gehe trotzdem weiter. Dann mache er das. Ich versuche es. Sehr wo ich lang muss. Alter Schwede. Drei Kilometer weg das Ding. Jo. Stache Raum eventuell irgendwie. Batterie direkt einsetzen. Zweimal. Nett. Ähm. Ich habe übrigens ne Ausrede warum du das hier machen musst. Und zwar? Damit ich nicht den Speedrun machen muss. Warum ist du schon wieder Challenge? Ne. Aber wir haben heute Mittwoch. Was fehlt? Irgendwo ist noch so ein Geist. Ich glaube. Ja. Das heißt ich bin morgen dran. Das ist Donnerstag. Das ist doch. Das ist doch. Das ist doch nicht gemeint von der Freitag dran. Sehr sehr schön. Nein. Meine Damen und Herren. Hier hoch. Oder ja weiter nach rechts. Ich bin ein Geist. Ich bin ein Devil die item. Es wird schon Geist. Wird schon gesagt. Hey. Das wird der normale Typ. Ah ne. Voll. Hinten von meiner sicheren Position. Von meiner sicheren Position aus treffe ich dich. Ja. Das ist mich gesprengt. Ich danke dir. Bitte. Ich glaube das ist nur zweimal passiert. Das ist nur noch. Erst das zweite Mal. Das glaube ich nicht. Doch da. Ja. Top. Top. Komm rein. Zweimal er. Sollte gehen eigentlich. Ja. Sollte gehen eigentlich. Ach so tot. Deine Rush glaube ich. Global Piotypi wäre nervig aber. Den haben wir ja zum Glücklich. Ja. 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 Erwischt. Du brauchst gerade schon wieder so ewig. Ich mach doch mal schneller. Ja. Ja. Erwischt. Du brauchst gerade schon wieder so ewig. Sofort töten. Du brauchst gerne Bombe legen aber kannst du trotzdem gerne machen. Das hat nicht gereicht. Du bist so klein dass die Schüsse nicht treffen. Warum? Das habe ich gerade auch gefragt. Spontane Selbstzerstörung. Füße zu treffen wird es ja natürlich ein bisschen eklig aber sollte machbar sein. Nö. Du bist einfach da hinlegen wo ich war. Den Typen auszuweichen. Eglisch. Na danke. Ja das zeichnet einfach nur ein riesen Pendergramm auf dem Boden. Wäre auch ne Lösung. So. Dann. Gehen wir zu deinem Freund. Wer ist jetzt Gabi? Kann ich überhaupt noch? Hab ich überhaupt schon? Gabi Spaw hab ich. Gabi Spaw hattest du kurzzeitig gehabt. Richtig. Aber das war es auch. Hm. Also kann es Gabi immer noch werden. Klar. Wenn da jetzt zwei Gabi Items sind. Wie das hier? Ne. Das hier? Auch nicht. Hm. Äh ja. Das hier? Smaller? Ne. Lockdown. Eine Bomber Key. Ist ja klar. Ne. Tiers up. Wo geht es hin? Links. Auch gar nicht so weit. Muss man sagen. Glücklicherweise. Also ich fühle mich gerade eher als würde ich so Snake zugucken. Dadurch dass ich mich eher daran orientiere. Wo ist das Ende von der Asche Spur? Ah. Jetzt hab ich grad irgendwie Panik bekommen. Klar. Zwei die mir in der herren. Klasse. Aber ich hab einen schönen Kreis gezeichnet. Woll grad sagen. Es hat gut funktioniert. Und du hast dein Herz wieder bekommen. Gib mir mal ein. Das wird halt sich. Das reicht halt nicht ganz. Die zu töten mit einem Schuss. Juhu. Na klar. Haha. Ich kann mich nicht auf meinen Schuss konzentrieren. Autsch. Sehr gut. Ich hab mich selbst getroffen. Na gut. Aber du hast dafür alle vier getötet. Gib mir das mal einen Geheimraum. Nein. Nein. Natürlich nicht. Da war ein Megasatan drin. Ja. Der ist schlimmer. Eigentlich der andere wegen der Zügerung sind. Auch egal. Bombe. Oh. Ich komm zu dir. Kuscheln. Nett. Na klar. Du renn. Na. Müsst ihr auch nicht sterben? Ja. Aber ich will nur sagen. Du clearst jeden Raum mit plus minus null. Gute Entscheidung. Na. Ihr wollt ja an der Kante lang rennen. Riesiges Pentagramm. Gibt das nicht den Erfolg? Im Raum einmal an der Kante drumrum? Ne. Das war bei Geometric Wars. Ach so. Ein übrigens sehr überragendes Spiel. Also. Da hatten wir jetzt eine 2 glaube. Nein. Die 2 war dann überragend scheiße. Die war überragend scheiße. Aber Geometric Wars. Kann man nur empfehlen. Macht riesig Spaß. Und auf jeden Fall Epilepsie. Zum mitnehmen. Nein. Epilepsie zum mitnehmen. Genau. Du kannst. Achso. Also ich könnte reinkommen. Mich in irgendeine Ecke stellen. Und von da aus nochmal schießen. Aber an sich. Ich hätte nicht gedacht. Dass der Run doch irgendwie noch. Schwierig war. Schwierig war. Na ja. Wir allerdings an dir vorbeischieß. Sehr gut. Irgendwie. Ich bin wieder so klein und süß. Und eine. Ja. Sehr gute Hure. Ben den Run einfach mal schnell meinst du? Ich benne den Run schnell. Und hab zumindest den Teufel geschafft. Ja. Und den wünsch ich dich auf 1 gebracht. Ja. Geil. Stimmt. Ja. Dann darfst du dich wieder versauen. Ich find's wunderschön. Und Leute. Macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao.